Und das hat keine Beeinträchtigung jetzt auf dein Glücksgefühl, das heißt, du bist happy, du bist gut drauf, du bist, hast, ja, der Abend ist gerettet, du hast gewonnen, das war das Ziel, alles adressiert nicht. Und jetzt geht's schon weiter, du brauchst heute den Trinitzenkampf, oder wie sieht's jetzt aus? Auf jeden Fall, ja, ich freue mich auf die Verwechslung noch am nächsten Tag, und ich werde das alles trotzdem verfolgen. Okay, und alles kann man verfolgen auf deiner Homepage oder natürlich auch bei Facebook, oder? Bei Facebook auch natürlich unter deinem Namen, da ist entsprechend dann immer die Ankündigung, und da werden wir noch viel Spaß mit dir haben, trainier weiter, fleißig hart, und dann wird das was, und ja, dann sehen wir uns nach dem Gewinn des Ärmten des Spätzes wieder. Genau, richtig. Alles Gute. Dankeschön. Danke. Ich weiß nicht, ob wir zusammenhören, ob wir auch nicht haben. Aber wir sind glücklich. Aber wir sind glücklich. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und in der blauen Ecke begrüßen wir beim siebten Kampf heute Abend Sascha Brinkmann WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR